Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der CDU in Ostwestfalen-Lippe und auch Unionsfraktionsvize im Bundestag. Wie hat Ihnen die Rede von Angela Merkel gefallen? Es war ein ganz emotionaler Schluss von Angela Merkel, wo sie das Wir betont hat, wo sie gesagt hat, ihr müsst mir helfen, wo sie gesagt hat, wir müssen das zusammen machen. Das war ein ganz großer Appell an die Partei und das ist auch sehr gut angekommen. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen die Dinge gemeinsam anpacken, wir müssen nächstes Jahr zusammenhalten und ich denke mal, dann schaffen wir das auch einen guten Wahlkampf hinzulegen. Die konstruktive kritische Auseinandersetzung ist wichtig, da ist die Kanzlerin auch drauf eingegangen, sie ist auch auf die Kritik eingegangen im Bereich der Migration und Flüchtlinge. Sie hat alle Punkte auch tatsächlich genannt, die die Partei bewegt haben und insofern kritisch, aber zusammen und immer auf das Ziel ausgerichtet, dass wir auch in 2017 und 2018 erfolgreich sein werden. Gerne.